... Platz einschätzen, den man noch hinter einen hat... LOL Ah klar Jetzt aber! Jawoll Ah fuck What the... Fox, ey. Fuh. 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 Komm her. So, dich haben wir auch. Und dich habe ich auch gleich. Was? Ach, der hat gar keine Arme mehr. Ich habe ihn schon zerschlagen. Lol. Habe ich gar nicht gemerkt. Boom. So, erster Kopf hinüber. Ja, ho, ho. Ist okay, Digga, ist okay. Nimm die Teekanne. Und werd glücklich. Mit deinem Leben. Du Wixer. Okay, wir nehmen mal wieder die, Digga. Ah, 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 ah. Lol. Das war jetzt sehr krass. Es ist schön, Ruhe zu haben, irgendwie. Irgendwie fühlt es sich gut an, wenn mal Ruhe ist. Und nicht kämpfen und kämpfen und noch mehr kämpfen. Und ja, habe ich eigentlich schon Kämpfen erwähnt? Ja, ich glaube nicht. Also, ich frage mich echt, was hier noch so auf mich zukommt. Weil ich meine, es ist actionreich. Also, das kann man gar nichts sagen. Spaß macht es auf jeden Fall. Nur, oh. Die kennen wir ja. Nur nicht so zerstört. Äh. Nur, dieses Kämpfen muss man wirklich üben. Weil, es ist nicht so ein Kampf, wie man es normal für kampfartige Zehen halten sollte. Oder whatever. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll. Lass mich in Ruhe. Ich darf es nennen, wie ich will. Okay? Okay. Halol. Halol. Geh. Mir. Nicht. Auf den Sack. Los, schieß. Schieß. Natürlich schießt du drüber. Das war ja klar. So. Jetzt ist er gleich tot. So. Tu it, man. Tu it. Fire. Help me. Can't you. So. Wir nehmen mal wieder unser Hackepfeil. Geht auch mal ein bisschen ab. Habe ich schon ewig nicht mehr benutzt, seit ich den Hammer habe. Ist mir aufgefallen. Aber ich muss ja, wie gesagt, auch sagen, der Hammer ist echt cool. Also der hat es echt in sich. Also der ist stark. Ist auf jeden Fall. Ah. Wer ist denn da? Ja. Natürlich. Heck. Dich. Ach komm. Ah. Aber so kann ich ihn sofort töten. anscheinend. Ach ne. Doch nicht. Äh. Loll. Loll. Okay. So geht's auch. Du nicht. Was willst du denn? Was willst du denn? Was willst du denn? Du und Peter. Nichts wollt ihr, außer Scheiß im Kopf habt ihr. Lernt endlich mal was für die Schule. Und nicht so ein Scheiß hier. Apropos Scheiß. Du fährst runter. Und Scheiße. Und du stirbst für mich. Bitch. So. Ähm. Ähm. Da. Oh. Okay. Das hab ich jetzt nicht gesehen. Muss ich zugeben. Normalerweise seh ich ja sehr vieles sehr schnell. Really. Sehr schnell. Aber manchmal verpeile ich's auch. Muss ich nicht zugeben. Oh. Warte. Au. 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 Weck dich. Verdammte Scheiße. Okay. Da kommt Nummer 1. So. Nummer 1 haben wir. Da drauf. Nummer 2. Ich find's auch cool, dass die nummeriert sind, wo man hin muss. Ich meine auch, man kann's auch nicht überspringen. Das wär auch ein bisschen komisch. Äh. Ich glaub, da ist ein Secret. Deswegen geh ich da lang. Ich hoffe, ich lieg richtig. Halt, ne, tu ich nicht. Shit. Okay. Lande. Oh, die Katze. Der Anblick, die Ausdünstungen der Arge Klan. Was hast du gedacht, Ben? Hm. Ich denke, dass ich mich verrisse. Weil ich nicht gegen den Kämpfen will. Ich schau lieber nach einem Pass. Sieg. So, wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Zieh ich nix. Ja, natürlich. Wieder so ein Dicker. Ja, klare Sache. Ja. Ja. Geil. Ja. Ich freu mir. Klare Sache. Man muss ja gleich wieder mal übertreiben. Komm her. Komm her. Ah, lol, der hat mich gefressen. Fuck. Ah, ih, äh. Puh, du blöde Ding. Hör auf. Nein, hör auf. Nein, hör auf. Da mach ich nicht mit. Hör auf. Ups. Hör auf. Yeah. Hast du das gesehen? Das war wunderschön. Geh. Mehr. Aus der Weg. Hör auf. Okay. Auf die Köpfe. 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 Halt still, du Wichser. Hör. Nein, 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 nein Oh, oh, nö. Das hab ich ja fast vergessen. Aber nur fast. So, erstmal hier. Dick auf den Kopf hier. Du da warms. Jawoll, schön auf den Kopf hier drauf. Warm, Junge. Noch ein paar kannst du da haben. Oh, fuck. Hehehe, was hehehe. Was willst du denn, hä? Puff. Hehehe, am Arsch, du blödes Vieh. Stirb endlich. Verdammt. Komm schon. Jetzt. Hab ich ihn? Hab ich ihn? Ich hab ihn. Ja. 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 Was? Ach, ich wollt grad sagen. Wo sind die Zähne? Endlich. Boah, ey. Mein Leben ist vorbei. Das ist ne unsichtbare Schweineschnauze. Kann ich die auch mit dem abschießen? Geht dat? Ja. Nein. Die unsichtbare Schweineschnauze. Darum ist nämlich ein Korb. Ui, Korb. Man sollte sich halt immer klein machen. Damit man weiß, wo man ist und wo man hin muss. So. Darauf. Und darauf. So. Gib. Und wir meinen. Der ging schnell kaputt. Cool. Es ist echt cool, auch hier die Uhr zu sehen. Und sowas. Und dat da hinten ist ja sowieso der Hammer. Also die Grafik ist echt hammermäßig. Also ich find's cool. Echt. Für so ein Spiel. Nicht schlecht. Ich mein, das ist ja schon recht älter, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Nicht, dass ich jetzt Fans irgendwie verärgere. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ich könnt's euch nicht sagen, wie alt das Spiel ist. Aber ich denke schon ein bisschen älter. Müsste ich nur nachgucken. Dann wüsste ich's auch. Hundertprozentig wüsste ich's. So. Das kommt da gerade her. Komm ich da nicht einfach so hin? Doch. Dann komm ich so hin. Wir warten. Jetzt. Mein blödes Gerät, ey. Natürlich komm ich da hin. Ja, na klar. Komm ich da hin. Natürlich komm ich da hin. Ja, ja. Bla, bla. Oh, da war's. Ich hab's gesehen. Okay, fuck. Okay. Nochmal. Es ist genau da. Das kann ich nicht treffen. Wie soll ich das machen? Ich komm nie wieder zurück. Kann ich nicht hier von hier aus weiter? Ich müsste da rauf. Da wo der Zahn ist. Okay, das müsste ich hinkriegen. Achte ich einfach mal auf den Zahn. Äh, 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 äh. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Ich dachte schon, ich komm nie wieder weiter oder weg. Ja, Gott sei Dank. Du sollst das Schwert nehmen. Danke. Kann ich da rauf? Ist da was? Sollte ich da was suchen? Nee, ich denke nicht. Ich denke, es ist falsch. Ich, ich kenn mich doch. So, darüber. Ja. Darüber. Ja. Und das wieder in Erinnerung von zu Hause. Ich hab eine Zigarette geraucht, Alice. Das war kein Spaß. Ja. Wird mein Tonfall beprobieren. Ja. Zigaretten sind schlecht. Ich weiß. Aber auch Gras. Smokeweed und alles ist gut. Alles ist gut. Wenn du Gras raust und das Leben genießt. Oh, genieße dein Leben. Warum spring ich jetzt da hin? Das ist der Rückweg. Ich bin so intelligent. Na, egal. Nach dem nächsten Kompass muss ich cutten. Weil ich hab null auf die Zeit geachtet. Gerade eben. Ich hab wirklich gerade null. Nothing auf die Zeit geachtet. Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Aber ich werde vielleicht ein paar Folgen für euch dann parat haben. Ich denke mal, ihr werdet schon zufriedenstellend sein. Und dann mach ich noch ein paar andere Sachen. Und dann denke ich mal, passt das schon. Damit mach ich nix falsch. Damit seid ihr schon happy, glaube ich. Uah. Uah. Scheiße. Oh. Doll. Ich bin wieder am Anfang. Puh. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, wo ich hingehe. Ich könnte ja auch die ganze Zeit klein bleiben und hier rumlaufen. Ich mein. Scheiße. Das ist ja voll easy so. Okay. Müssen wir warten. Haha. Da war sogar ein Zeichen, dass ein Kampf kommt. Okay. Wir müssen da jetzt auf jeden Fall lang. So. Weiter geht's. Wir düsen durch. Scheiß drauf. Not time today for me and you and all and smoke weed. Oh. Falsche Waffe. Hehe. So. Zieh Alice, zieh! Oh yeah. Die hat nichts. Geht nicht nur um dich, Alice. Zieh nur all die Zerstörung rings um dich. Bedenke ihre Ursache. Dann schließ dich mir an. Hüp. Warum soll ich mich anschließen? Ich will nicht. Warum komm ich da nicht rauf? Müsste hier nicht ein Pilz sein oder so? Ah ne, da. Hä? Oh. 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 Okay. Das ist ein längerer Parcours-Weg, sag ich mal. Ich frag mich ja, was der Endboss ist. Ich kenn das Spiel, wie gesagt, nicht. Ich bin nicht gespoilert. Es ist blind. Ich weiß nicht, was der Boss ist. Ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da hin. rein, weil ich's kann. Weil ich denke... Fuck. Puh. Okay. Weil ich denke, es ist der nicht richtige Weg. Und ich hoffe es zumindest. Und ich lag richtig, weil da nämlich eine Erinnerung ist. So. Was sagt uns denn die... Ah, das wir von doch... Oder durch heißen Dampf verbrühter Haut Sieht faltig aus Wie ein Fliegenpilz im Winter. Also so wie du. Auf kleinem Deutsch. Hehehe. Besuch. Yay. Loll. Yay. Ich freu mir. Komm her. Alter, ist der flink. Ich glaub du spinnst. Wer hat dir erlaubt, zu flink zu werden? Äh, äh, äh. Flink. So. Ah. Zack. What the fuck say? Äh. Okay. Feuer. Ja. Der Schuss war wieder top. Oh yeah. Oh my god. Der war Hammer. Oh yes. Komm. Mach dein Auge auf. Oh bitch lab in your face. Und da rollt das Auge. Also diese neue Waffe ist auch ganz cool. Also. Ich kann mich nicht beschweren. Das war's. Mehr gibt's hier nicht. What the fuck. Ich hab ein paar Monstern und Zähnen. What the fuck. Ist sowas geh ich räum? Wollt ihr nicht. Naja. Aber ich brauch Zähne, wie gesagt. So wichtig. So, dann gehen wir mal zu den Smokeberg. Oder was auch immer das sein soll. Ich nenn's Smokeberg, weil der Rauche. Witzig. Schau mich an. Mama, schau mich an. Ich kann fließen. Oh oh. Kennst du dir Redensarb, das Rauchen rechtes Wachstum hemmt? Erwachsene ermahnen ernsthaft ihre Kinder damit. Meist mit einer Meerschaumpfeife im Mundwinkel. Du musst nicht inhalieren. Lass dich vom Rauch einhüllen. What the fuck. Ja, also wir lassen uns von Rauch einhüllen. Okay. Das ist jetzt... Normal. Mysteriöse. Ja. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Ich bin confused durch und durch. Ich hab nur so leise Theorien. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber ne Kritik da lassen, wär super, weil ich freu mich immer über Kritik. Weil da weiß ich, was ich besser machen kann oder was nicht. Und ja, ich freu mich so auch über Kommentare. Also schreib Kommentare rein. Ich freu mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gut gemacht, Rico. Oh, und wir brauchen auch noch 10.000 Lagerkugeln. Ich sag dir, 10.000. Perfekt.